Hier ist der Würstchenmann. Das klingt auch wie so ein bizarrer Porno. Hier ist der Würstchenmann. Ne, ne, besser. Hier kommt der Würstchenmann. Das klingt so richtig irgendwie... ...richtig billig. So. Ach so, hier gibt es ja auch eine Straße. Hätte man mir auch sagen können, dass es hier eine Straße gibt. Hallo, willst du ein Würstchen haben? Oh, der hat mich beinahe getötet. Okay. Warum auch immer er einsteigen muss, um sich einen Hotdog zu kaufen. Ich meine, ich weiß, warum der Hotdog-Mann einsteigen... Nicht der Hotdog-Mann, aber... Warum man beim Hotdog-Mann einsteigen würde. Beim Würstchen-Mann einsteigen würde. Es klingt alles falsch, was ich gerade sage. Ich soll... Ich rede einfach nicht mehr darüber. Ich mache es nur noch schlimmer. Also, ich muss hier durch. Es ist ein Notfall. Die Leute sind hungrig. Die darf man nicht warten lassen. Das hier ist, äh, für Kinder in Afrika. Da muss ich durch. Ne? Mich darf man nicht warten lassen. So. Okay. Hier? Hier. Der hat... Ne. Hallo? Kann ich hier durch? Da oben. Ja, gut. Ich brauche das Auto nicht mehr. Insofern... Ähm... Wie komme ich da... Nicht so. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ach so. Ich hatte schon etwas Spannendes erwartet. Ach so, ein bisschen springen muss ich trotzdem. Okay. Hallo? Ich habe nichts gegen das russische Viertel. Es ist nur, dass das russische Viertel etwas gegen mich hat. Insofern... Ich suche gerade eine Straße Richtung Norden. Hm. Jetzt mit dieser Straße. Diese Straßen sind verwirrend. Ich mag sie nicht. Äh... Ich hoffe, dass das Auto... Dass ich das überlebe. Ich meine, wie... Ach so, sie suchen ja eh diese Limonade. Aber es ist... Warum? Ich verstehe es nicht. Also stand da der Text. Sie suchen diese Limonade. Sie suchen diese Limonade. Ähm... Sie suchen diese Limousine. Und sie schießen auf diese Limousine. Limousine? 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 Ich muss an einen bestimmten Ort. Und das ist nicht die Polizeistation. Und ich weiß halt nicht, ob ich gerade an den Ort fahre. Und da werden die ganze Zeit Leute auf mich schießen. Und das ist Schönzeit... Man merkt, diese Mission ist nicht dafür gemacht, dass man sie irgendwie gegen... Also nach einer Weile macht. Also nicht als... Nach langer Zeit oder so. Ach so. Huch. Ach jetzt. Ach. Ach, jetzt muss ich... Jetzt verfolgen die mich. Natürlich. Jetzt verfolgen die mich. Also man merkt, dass... Abituale ist in der Nähe mittlerweile in Ordnung mit der Mission. Eigentlich der erste Teil von der Mission war tatsächlich der blödeste. Überhaupt. Ach. Hier unten muss ich hin irgendwo. Aha. Ach. Bei denen muss ich hin? Zu den... Zu den Krishnas? Sollen die die Drecksarbeit machen? Oh Gott. Hier. Natürlich. Hallo. Hallo. Job complete. Okay. Job complete. Gibt nichts zu sehen. Perfekt. 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 Und ich nehme nicht den Dings an, weil ich nicht weiß, was da... Bei... Von so einer erhöhten Position ist es wahrscheinlich was mit... Ne? Was ist da gerade passiert? Von so einer erhöhten Position ist es wahrscheinlich was mit Molotow-Cocktails oder Granaten irgendwo hinwerfen. Aber was ist denn... Ich meine, gut, okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen gerade, aber... Warum ist hier etwas in die Luft gegangen? Äh... Achso, momentan, die Dings, die andere... Aber ich mache jetzt eh erstmal Pause. Insofern... Muss ich die... Muss ich erstmal hier den Syriot bringen und dann die Kirche finden, ne? Das ist es, was ich machen muss. Das ist das Spiel wie immer. So, und ich warte jetzt mal. Ich bin jetzt hier auf der Straße zu warten, oder? Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Mal schauen, wie hoch die Polizeipräsenz ist, ob die mich finden, während ich hier noch stehe. Jupps. Sie finden mich noch, während ich hier stehe. Auf andere Art und Weise, wie ich erwartet hatte, aber... Sie finden... Und ich... Nein. Okay, okay, Moment. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles noch unter Kontrolle. Ich bin nicht total panisch jetzt, weil es genau so anfängt, wie beim letzten Mal, wo alles schiefgegangen ist. Ich muss hier irgendwo hin, weil hier kann ich mich... Hier kann ich mich umfärben lassen. Hallo, überfragt keine Leute. Ah, hier. Jetzt. Ah, perfekt. Wundervoll. Na, das ging ja total gut. Ich bin in Zip mal wieder. So, und jetzt muss ich nur noch zur Kirche. In die Kirche. Wenn ich wüsste, wo die wäre, dann wüsste ich mehr als im Moment, denn ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, aber sie war irgendwo oben links, also im Nordwesten. Ne? Dinge passieren. Ne? Und ich glaube, die Gegend hieß Tidium. Hallo? Bitte, was passiert hier? Was ist das für eine Stadt? Tidium hieß die Gegend, glaube ich, aber ich weiß ja auch nicht, wo. Das Ding ist Crimea. Ne, ist auf jeden Fall nicht, weil das ist blöd. Tidium. Gornad. Senora. Schön. Ich sage Namen. Tidium? Habe ich da nicht einen Parkplatz gesehen? Da ist doch ein Parkplatz in der Nähe der Kirche. Kann es sein, dass die Kirche hier irgendwo ist jetzt? Ne, es ist nicht dieser Parkplatz. Warum muss hier alles so gleich aussehen? Baiano Senora. Wo ist die Kirche? Oh, Moment mal. Da ist ein Nachrichtentruck. Und das Tolle ist, die Nachrichtentrucks, ne? Deren ihre Antennen zeigen immer auf die Kirche. Also, mehr oder weniger. Hallo? Oh, was zur Hölle geht ab? Diese Stadt, ey. Ist mir nirgendwo sicher. Also, diese Antennen richten sich mehr oder weniger nach der Dings aus, nach der Kirche. Das ist praktisch. Muss man aber auch erstmal wissen. Das habe ich irgendwo mal so als Top-Tipp irgendwo gelesen. So, und da ist der Parkplatz, den ich vorhin meinte. Und natürlich muss ich von der anderen Seite ran. Das wird schießen. Hier? Hier. Yay. Geschafft. Okay, danke, Nachrichten-Van. Okay, dann speichern und bis zum nächsten Mal. Jo, ich habe mich... Hallo? Ah, mein Gott, geh weg. Ich habe mich in... Der hat natürlich nichts gehört. Ich habe mich in der Zeit getan. Ähm, ich habe eigentlich noch... Also, noch 10 Minuten in dieser Folge. Ich dachte, es wäre schon das Ende der Folge. Ist es aber nicht. Okay. Ähm. Was haben wir vor? Wir haben vor, zu den Zaibatsen wieder zurückzugehen. Ich meine natürlich zu unseren ehrenwerten Freunden von der Zaibatsu Corporation. Ähm. Und da eine Mission noch zu machen. Ich habe mich auch mittlerweile beim Schnitt wieder daran erinnert, warum genau eigentlich, ähm... Beim letzten Mal bei dieser Mission, äh, warum wir die nicht geschafft haben, äh, he, he. Ähm, ja, da war ja was von wegen, ähm, vom Dach fallen, vom Dach... Von der Brücke fallen mit dem Auto auf ein anderes Auto drauf. Okay, nee, es ist, äh, wirklich unnötig. Insofern machen wir das diesmal auch gar nicht. Nee, dieses Mal sind wir komplett lieb, größtenteils. Zumindest soweit es möglich ist. Ne? Jo. Ähm. Uah. Moment. So. Das war meine externe Festplatte, die ich noch angeschlossen hatte, die immer einen Wackelkontakt hat. Ähm. Das ist natürlich sehr gut für eine externe Festplatte, die ich noch nicht... Ich hoffe, das war relativ ohne störend. So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich folge einfach mal der Straße ungefähr. Ja. Äh, ja, okay. Der ist, ähm, hm. Wo war das Ding? Hier? Ach ja, hier bei denen war das. Ähm, genau. Habe ich da... Da habe ich eine schicke Waffe für. Das war Synthes. Ein Glück ist es egal, ob der Wagen Schramm hat oder nicht. Hm? Und das sind erst die grünen Missionen von Zerbatius. Wir können nachher auch noch die gelben, gelben Missionen ausprobieren. Und dann haben wir ein bisschen mehr Multiplikatoren, außer wir verlieren sie natürlich in der Zwischenzeit, was wahrscheinlich passieren wird. Aber wir haben dann gelben Mission gesammelt. Was auch gut ist. Denn wir brauchen Money, Money, Money. Ähm. Ach ja. Moment. Ich erinnere mich. Ah. Hier war doch auch irgendwo der Panzer, oder? Ich kann mich erinnern, bei so einer Baustelle. Da war ja auch eine Baustelle. Ne? So. Alles im Weg. So. Und jetzt brauchen wir einen Bulwark. Also ein Russen-Auto. Warum müssen das ausgerechnet die Russen gerade sein? Warum nicht nochmal die, die, die Krishnas? Die waren zu lieb. Die haben nur ein bisschen rumgeschossen, haben nicht viel gemacht. Ne, natürlich sind es die Leute, die uns hassen, zu denen wir zählen müssen. Selbstverständlich. Ähm. Natürlich erinnert mich das auch gerade daran, warum denn genau wir beim letzten Mal überhaupt in diese Bredouille kamen mit den, äh, mit den Polizisten. Natürlich. Was? Okay, warte mal. Ich bleib hier kurz stehen. Vielleicht kommt ja keine Polizei vorbei in der Zwischenzeit. Muss mal ganz genau hinschauen. Äh, es kommt ein Polizist vorbei. Hm. Das ist unglücklich. Ah. Was hab ich denn getan, um die zu ärgern? Ja, ich bin über jemanden rübergefahren, aber das haben die doch nicht mal gesehen. Warum ist dieses Auto so verdammt schnell? Das ist doch kein schnelles Auto eigentlich. Hatte ich gedacht. Es steigt schon aus. Es steigt schon aus. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. So, ich bleib hier stehen. Total die Gegenrichtung von dem Ort, wo ich eigentlich hin muss, aber ich bleib hier mal stehen. Ach so, der Wagen bewegt sich ja. Den, also der Wagen, den wir suchen müssen. Hm. Vielleicht kommt er uns jetzt entgegen. Der bewegt sich relativ schnell. Äh, relativ schnell der Pfeil. Ist das euer verdammter Ernst? Sieh den ganzen Weg dahin gerannt. Kommt der Wagen hier gleich vorbeigefahren? Ne, wahrscheinlich kommen erstmal die Polizisten nochmal vorbei. Natürlich kommen die Polizisten. Alter, was soll der Kack? Sind das Marathonläufer? So, hier kommen die jetzt aber nicht hin, oder? Die sind ja hartnäckiger, als ich sie bis jetzt erlebt habe. Genießt die schöne Musik. Ich hoffe, sie ist nicht GEMA geschützt. Wir sind sonst hätte ich Probleme mit dieser Folge. Ich sollte mehr reden, dann hätte ich kein Problem. Ah, endlich sind sie weg. Meine Güte, wie aufdringlich. So, der Wagen, den ich suche. Das muss natürlich genau der sein und kein anderer. Der ist wo? Das ist es gewesen, wenn ich jetzt noch gegen das Polizeiauto gefahren wäre. Wenn ich Glück habe, ist er nicht mal im russischen Viertel drin. Ja, er würde im russischen Viertel drin sein. Aber vielleicht irgendwie so gerade am Rand irgendwie, wo ich nicht viel von denen mitbekomme. Deswegen weiß ich, wie die nicht viel von mir mitbekommen. Ja. Hallo. Der hat sogar noch weiter geschossen. Aber die Polizei hat, äh, völlig, völlig egal. Die waren so nach dem Motto, ach, da brennt ein Mensch. Hahaha, wie lustig. Der ist garantiert gerade am Marshmallows rösten. Hui, und schaut mal, da steigt jemand in sein Auto ein. Ha, was für ein netter Kerl. Hulikig. Ja. So sind die Polizisten hier. So. Entschuldigung. Ich muss hier vorbei. Und, ach so, genau. Das haben wir noch geschafft gehabt. Genau, jetzt waren es die zwei, ne, die zwei Dirnen von Mad Island. Das war der Punkt, wo wir zuletzt waren. Mad Island, der Ort, wo uns jeder töten will. Der Ort, wo jeder, jeden töten will. Das ist wahrscheinlich genau der Ort, wo wir beim letzten Mal auch schon waren. Ich hatte so ein bisschen Déjà-vu gerade. So. Entschuldigung. Ach, hallo. Ja, nochmal drüber gefahren, natürlich. Manches kann. Oh, mein Gott. So. Natürlich weiß ich, dass diese Marathonläufer mir sowieso nochmal hinterher rennen. Das, was ihr da hört, das sind wahrscheinlich diese Polizisten selber. Nicht in dem Auto drin, sondern zu Fuß. Die laufen rum und schreien. Lü-la, 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 lü-la. Oh, ich muss hier vorbei. Hallo. Ich will hier vorbei. Entschuldigung. Darf ich? Ah. Im Ernst. Ich bin aber auch, das Auto fliegt zu schnell. Ich kann es kaum lenken. So. Ah, Gott. Gut. Gut. Ach, wenn ich ein Auto hätte, das ich umspritzen könnte. Dann wäre ich da jetzt reingerannt. Reingerannt. Reingefahren. So. Ich bleibe in dieser, in dieser hohlen Gasse mal stehen. Wie viele Leute da entgegenkommen? Was geht hier ab? So. So bitte. Uh. Ach. Oh, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich sehe was Gutes. Ich sehe was sehr Gutes. Perfekt. Perfekt. Als, als hätte das Spiel gewusst, dass ich das jetzt brauchen würde. Und das ist nicht der Ort, wo ich hin muss. Ach. Okay. Och, natürlich, natürlich. Ach, okay, hallo da oben. Bitte macht, dass die Polizei schnell weggeht, bevor irgendeine Streife hier durchläuft. Bitte, bitte, bitte. Ich kann auch kurz den hier machen, dann laufen zumindest keine Leute hier rum. Die Polizei kümmert sich eh nicht, okay. Ach, wenn doch nur immer dieses lästige Vor-Polizei-Begrennen nicht wäre. Das Spiel wäre so viel einfacher. Und der Autoverkehr.